Göttchen, Göttchen, hallo ihr Lieben, heute ist der Tag der Tage, der Tag, worauf sie alle gewartet haben, der Tag, um es denen immer wieder ging, wird er verschoben, ist es jetzt, bleibt es der 1.4., geht es in den Bundestag und so weiter. Heute ist der Tag, ich will mit euch den großen Tag erleben, und zwar den Tag, an dem das Kann-Gesetz im Bundestag verabschiedet wird. Und ja, ich freue mich da drauf, mit euch ein bisschen zu dokumentieren und zuzuhören, was die uns da zu sagen haben und was jetzt beschlossen wird. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Sendung und ich freue mich auf eure Kommentare. Die Zusatzpunkte 20a und 20b, die Beratung mehrer Vorlagen zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Cannabis-Legalisierung. Los geht's. Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung werden wir später auch namentlich abstimmen. Soll ich mir denn jetzt schon anzünden oder erst mal warten? Für die Aussprache ist hier auch eine Dauer von 39 Minuten vorgesehen. Ich würde Sie bitten, zügig die Plätze einzunehmen, dass wir die Debatte beginnen können. Hört gut zu. Es geht hier schließlich um eine wichtige Entscheidung. Also, geht gleich los. Und ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort für die Bundesregierung dem Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute ein sehr wichtiges Gesetz, mit dem wir unsere Cannabis-Kontrollpolitik grundsätzlich verändern. Wir verfolgen zwei Ziele. Das erste Ziel ist es, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Das zweite Ziel ist ein besserer Kinder- und Jugendschutz. Wieso müssen wir das tun? Kann es nicht so bleiben, wie es jetzt ist? Die Lage, in der wir derzeit sind, ist in keiner Weise akzeptabel. Es ist nicht befriedigend. Alleine, wenn wir uns das Problem anschauen bei Kindern und Jugendlichen, in der Zeit von 2011 bis 2021, in zehn Jahren, ist die Zahl der Konsumenten in dieser Altersgruppe, die besonders gefährdet ist, um 50 Prozent gestiegen. In der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen ist in zehn Jahren die Zahl der Konsumenten um 100 Prozent gestiegen. Wir haben zunehmend Probleme mit Beimengungen. Cannabis-Produkte sind unrein. Wir haben toxische Konzentrationen. THC-Werte von 30 bis 40 Prozent werden gemessen mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Psyche der Konsumenten. Wir haben steigende Drohnebelikte. 180.000 Cannabiskonsum belegte Delikte pro Jahr. Ich sage so viel. Was auch immer wir tun, wir können so nicht weitermachen. Genau. Zu viele Unschuldige sitzen deswegen im Gefängnis wegen einer Pflanze. Das geht gar nicht. Da kann man den Kopf in den Sand stecken. Da kann man Wert zu ertreten halten. Aber davon lösen wir nicht ein einziges Problem. Wir müssen uns den Problemen stellen. Ganz genau. Und der Ansatz, den wir hier verfolgen, ist ein guter Ansatz. Wir verfolgen vier Ziele. Wir legalisieren den Eigenkonsum. Wir schaffen ein Angebot, eine Alternative zu dem bedenklichen kriminellen Schwarzmarkt. Herr Bundesminister, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Wir klären auf über die Gefahren von Cannabis, insbesondere für das wachsende Gehirn für Kinder, Jugendliche unter 25 Jahren. Und wir erhöhen das Strafmaß für diejenigen, die bandenmäßig an Kinder und Jugendliche verkaufen, auf mindestens zwei Jahre. In dieser Kombination gehen wir die Probleme gemeinsam an. Wir stecken nicht in den Kopf, wenn wir sagen, wir lassen Kinder und Jugendliche, junge Leute nicht allein. Nicht so, wie die CDU, CSU was macht. Verbote, Knäste sind die einzige Lösung, die diese Partei gut kennt. Aber es ist die Wissenschaft, die jetzt sagt, diesen Weg müssen wir gehen. Wir werden heute hören, es gibt viele Gegenstimmen. Das weiß ich. Das ist eine schwere Entscheidung. Das fällt nicht leicht. Das ist keine optimale Lage, in der wir sind. Aber die Suchtforscher geben uns mit auf den Weg. Das ist der Weg, der funktioniert. Weg von der Bestrafung, weg von der Tabuisierung. Wir müssen uns dem Problem stellen. Es gibt es, man kann es ja nicht wegdenken oder wegschauen. Das ist ja keine Lösung. Das wissen wir seit Sicherheitshöhungen. Wenn bis 2025 das Gehirn wächst, weshalb legalisiert man dann ab 2025 nicht. Weil wir dann gerade die besonders gefährdete Gruppe der 18- bis 25-Jährigen dem Schwarzmarkt überlassen würden. Das ist eine Scheinlösung. Damit würden wir das Problem nicht lösen. Man braucht ja nur gleich am Anfang die Leute mit Zigaretten oder mit Alkohol an. Und dann weiß man ungefähr auch, wann man da anfangen muss. Also ich würde sagen, zwischen 16 und 21. Oder 50 Gramm pro Monat ist das nicht viel zu viel. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir auch ein Angebot gegen den Schwarzmarkt setzen können und keine Scheinlösung machen. Wir dürfen nicht legalisieren, ohne dass wir auch den Anbau, über Anbauvereine und Eigenbedarf anbauen, dass wir das herstellen. Denn sonst haben wir das gemacht, was in Holland nicht geklappt. Wir legalisieren und behalten den Schwarzmarkt. Das wäre die schlechteste Kombination, die wir machen könnten. Und schließlich, natürlich nehme ich wahr, die viele Kritik, die es gibt, das muss kontrolliert werden. Das ist ein riesiger Aufwand, das gebe ich zu. Die Kontrolle ist keine Kleinigkeit, das nehmen wir aus. Die Kontrolle von verbotenen Substanzen ist ja auch nicht leichter. Jetzt haben wir 180.000 Verfahren pro Jahr. Wir haben Kontrolle, wir kriminalisieren junge Leute, denen wir das Leben zerstören. Weil wir sie nicht vor dem Schwarzmarkt und dem Probenhandel geschützt haben. Wir haben diese Menschen ins offene Messer laufen lassen und bestrafen sie dann noch mit Vorstrafen, die ihr Leben vernichten können. Das ist falsch. Lassen Sie uns nach vorne blicken. Das ist ein Thema für aufgeklärtes Denken. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken für die ausgezeichnete Diskussion, die wir hier in der Ampel gehabt haben. Hier ist tabulos ernsthaft diskutiert worden. Das ist niemandem leicht gefahren. Aber ich glaube, wir haben hier gemeinsam viel gewirkt. Bitte stimmen Sie für diese dringend notwendige Modernisierung unserer Cannabis-Politik. Ja, wollen wir hoffen, dass wir auch genügend dafür stimmen und das wirklich begreifen und nicht so gehirn gewaschen sind wie manche Parteien. Wir haben zwei Kurzinterventionen vorliegen. Einmal von Frau Dr. Baum und einmal von Tino Sorge. Frau Dr. Baum, Sie dürfen beginnen. Und Herr Minister, Sie haben dann die Möglichkeit, darauf auch zu antworten. Vielen Dank. Herr Professor Lauterbach, Sie haben festgestellt, dass der Drogenkonsum gerade bei Jugendlichen um 50 Prozent gestiegen ist in den letzten zehn Jahren. Aber anstatt nach den Ursachen zu forschen, warum ist das so, warum wollen junge Leute der Realität entfliehen, anstatt das zu erforschen, wollen sie den Erwerb erleichtern. Für mich ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass in dieser Gesellschaft die gesamte Entwicklung nicht mehr stimmt, wenn die Jugendlichen mit ihrer Situation anscheinend in den jungen Jahren... Also ich hasse es schon mal, wenn die Leute nicht mal unterscheiden können zwischen Cannabis und anderen Drogen. Es geht hier rein um das Cannabis-Gesetz und nicht um andere Drogen. Sie gehen nicht auf die Ursachen ein, sondern Sie wollen wieder mal eine Auswirkung. Und Ursachen, die kann man doch weiterhin erforschen und die werden doch jetzt es erforscht durch studieren. Warum? Dass der Markt jetzt erst mal freigegeben wird, das wird uns helfen, darüber aufzuklären und Studien zu führen. Das wurde bislang ja nicht gemacht, wegen Scheuklappenpolitik. Herr Kollege Lauterbach, also wie gesagt, ich saß hier und war kurz vorm Platzen, weil wir hätten das Thema gern auch mit Ihnen im Ausschuss. Das ist diskutiert, aber Sie haben den Ausschuss ja zu dem Thema überhaupt nicht besucht. Und deshalb will ich nur mal ganz kurz noch auf ein paar Dinge eingehen, auch nachfragen. Es ist so mit Abstand die absurdeste Rede zu dem Thema, die ich seit langem gehört habe. Sie behaupten hier allen Ernstes, als Bundesgesundheitsminister, als Minister, der für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zuständig ist, dass wir mit der Legalisierung weiterer Drogen den Konsum bei Kindern und Jugendlichen einnehmen werden. Das ist der größte Blödsinn, den ich eh gehört habe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man muss einfach eine ehrliche Politik führen. Und du kannst nicht die eine Substanz zulassen und die andere, die ungefährlicher ist, verbieten. Das hat was mit Verstand zu tun. Das kann man sich behaupten, dass es einige Gegenstimmen gegeben habe. Die sämtliche Experten-Community warnt vor diesem Vorhaben. Das sind Kinder- und Jugendärzte, das sind Psychologen, das sind Psychiater, das sind Polizeibeamte, das sind Kriminalbeamte, das sind Pädagogen, das sind Eltern, das sind Lehrer. Alle sagen, hören Sie mit diesem Vorhaben auf. Das stimmt ja gar nicht. Was erzählt der? Völlig falsch. Im Gegenteil, Pädagogen, Präventionsstellen, Lehrer plädieren dafür, zu legalisieren, damit man eine bessere Aufklärung betreiben kann. Das, was die machen, ist Scheuklappenpolitik. Und wie wollen Sie das hinbekommen? Sie machen sich einen schlanken Fuß, werfen eine Legalisierung in den Raum und sagen den Ländern, jetzt guck mal, wir damit lagen. Es geht ja um eine Legalisierung für Erwachsene. Das schmeißt die CDU immer wieder in einen Topf oder will es nicht verstehen. Das finde ich traurig. Frau Präsidentin, zunächst einmal, die Frage von Frau Baum ist berechtigt. Was sind die Gründe? Und einen Grund habe ich eben angedeutet, den kann ich aber noch breiter ausführen. Es ist zum Teil auch der Schwarzmarkt. Die Drogenkriminalität wendet sich oft gezielt an junge Leute, um damit auch Abhängige für andere Drogen zu gewinnen. Das heißt, der Schwarzmarkt ist der Kern des Übels. Und jeder Kampf gegen den Schwarzmarkt ist ein wichtiger Schritt in Richtung besseren Schutz für unsere jungen Menschen. Und der zweite Grund, es fehlt oft, Ihre Frage war ja berechtigt, Frau Baum, es fehlt oft an Aufklärung. Viele junge Menschen wissen nicht, dass Cannabiskonsum für das wachsende Gehirn wie ein Gehirngift wirkt. Und daher diese Aufklärung, die werden wir ja in den Vordergrund stellen. Wir werden eine Aufklärungskampagne machen. Am Ende dieser Aufklärungskampagne wird jeder wissen, dass für das wachsende Gehirn kann das extrem schädlich ist, dass wir verharmlosen das nicht. Wir zählen das aus der Tabuzone heraus und klären auf eine Aufklärung, die wir unseren Kindern schon längst geschuldet haben. Und schließlich, Herr Sorge, zunächst einmal, ich habe mit zahlreichen Mitgliedern des Ausschusses über dieses Thema ernsthaft gesprochen und respektiere übrigens sogar Mitglieder im Gesundheitsausschuss, die sagen, nachdem ich alle Argumente gehört habe, stimme ich dem Gesetz nicht zu. Solche Mitglieder gibt es auch, das sind wenige. Aber Sie haben mich auf das Thema nie angesprochen. Sie haben keinen Informationsbedarf jemals artikuliert. Und ich bin zu diesem Thema auch vom Ausschuss nicht eingeladen worden. Ich spreche immer im Ausschuss zu jedem Thema, wo ich eingeladen werde. Wenn man sich die Rede vom Söder angehört hat, weiß man doch Bescheid. Ja, also so eine Rede, da fragt man sich, warum es so low-politisch gibt bei so einem Typen. Sie sagen, das, was ich sage, sei Blödsinn. Das ist kein Argument. Sie können hier, das ist kein Argument. Ich kann Ihnen aber sagen, weshalb ich davon ausgehe, ich kann Ihnen aber sagen, weshalb ich davon ausgehe, dass die Legalisierung dazu führt, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht lag. Das sind die Daten, die wir aus Kanada haben. Das sind die Daten, die wir aus Colorado haben. Das sind die Daten, die wir von den Suchtforschern haben. Die Legalisierung hat dort dazu geführt, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht mehr jetzt wie bei uns weiter gestiegen ist, sondern er konnte beherrscht werden. Und das ist der Weg der Wissenschaft, dem wir hier folgen. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute sich von der CDU, CSU überhaupt nicht informieren, dass die auf Ständen sind von vor zehn Jahren und damit immer noch argumentieren. Also, Wahnsinn. So. Dann kommen wir zur nächsten Rednerin in der Debatte. Das ist für die Unionsfraktion die Kollegin Simone Burchardt. Ja, Hauptsache, heute komme ich nur CDU, CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich wartet ganz Deutschland auf eine Krankenhausreform. Oder wie wäre es denn mit einer Pflegereform? Was tun Sie? Könnt ihr auch beschließen. Natürlich. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Warum gibt es noch keine Alkoholverbote in den Läden? Warum müssen Kinder in Edekas Alkohol sehen? Warum müssen die Zigaretten sehen? Wieso gibt es noch keine Trafiken in Deutschland? Warum gibt es da keinen Jugendschutz, liebe CDU, CSU? Es ist ein Ansicht des Drogenkonsums zu verzeichnen. Und die Patientenzahlen, vor allem in der Suchttherapie, steigen ständig an. Und in einer Anhörung, Herr Minister, ich glaube, Sie waren nicht dabei oder Sie haben nicht zugehört, haben alle Experten gewarnt. Ärzteverbände, Psychotherapeuten, Polizei. Und was haben wir da gehört? Hören Sie gut zu. Die bayerische Polizei vielleicht, ja. Der Konsum verursacht Beeinträchtigungen der kognitiven Fähigkeiten. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist erst mit 25 abgeschlossen. Abgabe ab 18. Aber mit 16 dürfen die Kinder bei uns in Bayern saufen, gell? Prost. Und was sagt die Gewerkschaft der Polizei? Wir sind gar nicht vorbereitet. Und alle Innenminister der Bundesländer haben sich dagegen ausgesprochen. Und Sie, liebe Ampel, machen trotzdem, was Sie wollen. Was? Der Kinder- und Jugendschutz ist in Ihrem Gesetz nicht mehr als ein reines Lippenbekenntnis. Die Präventionsgelder wurden von Ihnen gekürzt. Bei Ihnen kommt erst das Gesetz und dann irgendwann die Prävention. Welche Prävention macht die CDU bislang? Also, auf was reden die sich bitte raus? Denn wie will man den Heim anbauen? Irgendeine Art und Weise einfach kontrollieren. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Das ist ein Kontrollverlust. Muss man überhaupt alles hundertprozentig kontrollieren? Das ist auch die nächste Frage. Und vom Energiebedarf man ganz schweigen. Es wird ja auch nicht kontrolliert, wie viele Weinflaschen die Leute im Keller haben. Oder wie viele Biese sich in der nächsten Kneipe trinken. Oder sollte man das kontrollieren? Selbstanbau, hast du irgendwas verpasst oder so? Und dieses Gesetz ist nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität. Auch dann kann man das mit den Clubs ja auch eher realisieren. Das liegt ja an der langsamen Politik, dass das so schnell nicht funktioniert. Weil das ja mit viel Kontrollmechanismen und Bürokratie verbunden ist. Also es ging ja wesentlich einfacher. Und es wird noch verrückter. Die Anbauvereinigungen sollen selbst ein Jugendschutzkonzept entwickeln. Mit fahrlässigen Fristen einen Präventionsbeauftragten benennen. Mal davon abgesehen, wie diese Präventionsbeauftragten brauchen wir ganz ehrlich an anderer Stelle. Wir haben das Personal nicht dafür. Ich würde lieber jeden Präventionsbeauftragter in der Kommune einsetzen, damit die Menschen gesünder, älter werden und unsere Kinder eine gesunde Kindheit haben. Genau. Und was haben wir jetzt? Aber so verlogene Leute wie euch braucht ja auch keiner. Damit kann man ja unsere Kinder nicht aufklären. Sorry, aber ich möchte, dass einer zu meinen Kindern ehrlich ist. Und das, was ihr betreibt, ist keine ehrliche Politik. Wollen Sie, dass hinter dem Schulhof Cannabis konsumiert wird? Das ist mit Ihrem Gesetz jetzt möglich. Ich erwarte von allen Abgeordneten, heute und hier Farbe zu stellen. Was hat die nicht gelesen oder nicht verstanden? Es ist weder im Umkreis von Schulen erlaubt, noch aufschulen. Oder noch, wer das Schüler konsumieren. Woher zieht die CDU oder diese Simone Borcher solche Aussagen? Das ist wie aus dem Kinderbuch oder aus dem Muppet-Show einfach mal so dahergesagt. Sie machen keine Politik für Ihre Ideologie und nicht für das Land. Ich fordere Sie auf, stimmen Sie gegen diese Cannabis-Legalisierung. Ich fordere dich auf, bilde dich mal ein bisschen und lese dir mal das Cannabis-Gesetz durch. Simone, schäm dich, witzig. Also, uh, uh, ich brauche Orangen drauf. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dr. Kirsten Kappert-Gonther. Ah, die Stimme war auch schon so, oh, mein Tino schreit. Wahnsinn. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe BesucherInnen, Schritt für Schritt zu einer vernünftigen Drogenpolitik. Wir beenden die schädliche Verbotspolitik. Wir geben das Hanf frei und stärken so den Gesundheits- und Jugendschutz. Die Kriminalisierung, anders als das hier eben anklagt, und der Schwarzmarkt, die verschärfen die Risiken des Konsums. Und das ist auch der Grund, warum ich mich als Ärztin seit vielen, vielen Jahren für diesen Paradigmenwechsel einsetze. Und es ist mir ein Rätsel, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, es ist mir wirklich ein Rätsel, wie man sich angesichts des gepanschten Cannabis vom Schwarzmarkt, angesichts des ständig steigenden... Die haben doch null Ahnung, deswegen reden wir über sowas nicht. ...dass Kinder und Jugendliche in unserem Land an jeder Ecke ganz leicht an Cannabis kommen, wie man angesichts dessen finden kann, es solle alles so bleiben, wie es ist. Das ist absurd. Es ist doch so, bei illegalem Cannabis, bei illegalem Cannabis, und das ist, was heutzutage konsumiert wird, weiß niemand, wie hoch die THC-Konzentration ist und welche Streckmittel enthalten sind. Sehr häufig wird es mit synthetischen Cannabinoiden kontaminiert. Und da hört der Spaß nun wirklich auf. Ganz genau. Erwachsene, ausdrücklich Erwachsene können künftig Cannabis selbst anbauen oder sich in Cannabis-Clubs zusammenschließen. Diese erwachsenen Konsumierenden kennen dann die THC-Konzentration und sie können sicher sein, dass keine weiteren schädigenden Beimischungen enthalten sind. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist gesundheitsfähig. Wenn man dann auch miteinander konsumieren dürfte und sich austauschen dürfte in den Clubs, dann wären wir da, wo wir hinwollen. Die Leute zahlen sogar lieber ein Euro mehr oder zwei, damit sie an gute Qualität reinkommen und nicht von Schwarzmarkt kaufen müssen. Was ja jeder jetzt tut, laut der CDU natürlich nicht, weil das gibt es ja nicht, ist ja verboten. Jetzt aber stärken wir den Jugendschutz. Und denen, die hier gern vor allem jetzt von konservativer Seite Panik führen, Ihnen sei der offene Brief der Expertinnen aus Strafrecht, aus Medizin und vor allem aus der Suchthilfe empfohlen, Sie alle warten auf dieses Gesetz. Genau. Wer lesen kann, ist der Vorteil. Schaffen wir einen Durchbruch für Cannabis als Medizin, indem wir vom Ausschreibungsverfahren auf ein Erlaubnisverfahren umstellen. Und nun zum Schluss möchte ich einen ganz herzlichen Dank allen sagen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten für eine vernünftige Drogenpolitik einsetzen. Ganz besonders großer Dank hier im Parlament meinen Kolleginnen Dirk Heidenblut, Carmen Begge und Christine Lüttke für die hervorragende Zusammenarbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz kann nicht alle Probleme lösen. Die Aktivisten, wir dürfen uns das auf die Fahne schreiben, denn wir kämpfen seit über 20 Jahren oder länger dafür. Aber dieses Gesetz ist ein Meilenstein einer vernünftige Drogenpolitik. Mit Zeitungsartikeln und so weiter. Aber ja, viele, viele Leute sind daran beteiligt, dass es jetzt endlich so weit gekommen ist, wirklich auch im Bundestag besprochen wird und hoffentlich auch durchgezogen wird. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Jörg Schnell. Die AfD, die darf auch sprechen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kappert-Gonter, Ihr Gesetz wird in zwei wesentlichen Punkten genau das Gegenteil von dem erreichen, was Sie damit gerne erreichen möchten. Am 1. April wird der Cannabiskonsum hier in Deutschland legalisiert. Das wird dazu führen, das wissen wir durch Vergleich mit anderen Ländern, die es auch so gemacht haben, zu einer Zunahme der Nachfrage. Und wo wird diese Nachfrage bedeckt mit einem Angebot? Ja, man kann ab dem 1. April dann anbauen. Wer das tut, der wird vielleicht im Sommer das erste Mal was ernten. Ihre Cannabis-Clubs, die sind ab dem 1.7. überhaupt mal erst zu gründen. Da ist viel Bürokratie noch im Spiel. Die werden vielleicht Ende des Jahres mal etwas ausliefern. Und weil das jetzt noch dauert oder die Politik oder die Bürokratie nicht so schnell ist, soll man das jetzt lassen und die Leute weiterhin bestrafen. Und weiterhin, ja, das ist also eure Lösung. Dadurch, dass ihr das jetzt politisch nicht, also so eine Euro-Einführung, die ist umsetzbar und alles, aber Cannabis-Einführung, das ist kompliziert, oder? Und man hat dort durchaus Möglichkeiten, den Output noch etwas zu erhöhen. Durch mehr Dünger, durch mehr Pestizide, durch mehr Beimischung. Sie wollen den Schwarzmarkt bekämpfen und Sie wollen Konsumenten den Zugang zu sauberem Cannabis ermöglichen. Wir werden ab dem 1. April erleben, das nicht nur der Schwarzmarkt, sondern dass das, was man dort kaufen kann, auch noch dreckiger und ungesünder ist als das, was Sie heute bekommen. Die zwei wesentlichen Punkten fahren Sie mit diesem Gesetz genau in die falsche Richtung. Es gibt super Ideen. Und lassen Sie mich auch noch etwas sagen zur unrühmlichen Rolle der Europäischen Union. Sie hatten sich das ja eigentlich ganz anders vorgestellt. Kontrollierter Anbau, Cannabis-Shops, staatlich lizenziert. Das ist die zweite Säule, auch du solltest richtig lesen, ja. Jetzt gibt es also eine Umgehungslösung, die, ich habe es dargelegt, vor allem im Schwarzmarkt in die Finger spielen will. Und das Problem hatten wir in einem anderen Land in Europa auch schon, in den Niederlanden. Da können Sie in den Coffeeshops Cannabis erwerben und konsumieren, alles wunderschön. Die Coffeeshops ihrerseits müssen das Cannabis aber auf dem Schwarzmarkt kaufen. Auch da bist du nicht auf dem aktuellen Stand. Das Gesetz wurde geändert und das ist jetzt unter staatlicher Kontrolle, um genau das zu vermeiden. Die ist halt sowas von nicht auf dem aktuellen Stand. Ja, die AfD halt. Hetzen ohne Ahnung. Es gibt eine pragmatische Lösung, es gibt parlamentarische Mehrheiten dafür, die sind aber nicht möglich, wegen EU-Recht. Stattdessen Umgehungsmöglichkeiten, die leider dann dem organisierten Verbrechen in die Finger spielen. Und wenn Sie jetzt meinen, dass man gleich auf der EU-Ebene mal darüber nachdenkt, da was Sie ändern, vergessen Sie es. Diese Gesetze, diese Regeln sind in Stein gemeißelt, da wird nichts dran geändert, in alle Ewigkeit ab. Und meine Damen und Herren, wenn Sie noch einen Beweis dafür gesorgt und sucht haben, dass diese Europäische Union demokratiefeindlich, dysfunktional, für den Bürger tatsächlich im Endeffekt sogar schädlich ist. Gut, dass die CDU so ist, das wissen wir, das brauchen uns die AfD aber noch auch nicht zu sagen. Und wenn Sie jetzt wieder sagen, ach, der Schneider und die AfD, die sind ja wieder nur destruktiv unterwegs, ich habe noch einen ganz konstruktiven Vorschlag, wie Sie dieses Gesetz vielleicht zumindest noch ein Stückchen in die richtige Richtung schieben können, drehen Sie einfach eine Zeitleistung. Also bald brauche ich es, lange halte ich es nicht mehr aus, bei solchen Leuten, du kannst ja nur, da musst du es, das ist ja, die verleiten einen eigentlich dazu. Und ermöglichen Sie Konsum und Besitz. Wieso, als Sie denn den ganzen Wahnsinn und Großteil haben, das ist ja genau so bescheuert, wie Sie heute. Damit wird es Ihnen vielleicht nicht gelingen, dass Sie den Schwarzmarkt kleiner machen, aber wird dadurch zumindest nicht größer werden. Das Gesetz, was Sie heute vorlegen, meine Damen und Herren, das ist ein Konjunkturprogramm für das organisierte Verbrechen. Ich habe mal was vom Marktanteil gehört, dass Sie sich verteilen und so. Dankeschön. Dankeschön. Für die FDP-Fraktion hat das Wort Christine Lübcke. Hallo Frau Lübcke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste auf den Tribünen und auch vor den Bildschirmen. Mit dem heutigen Tag geht ein Kapitel zu Ende und ein neues beginnt. Wir sprechen über nicht weniger als einen historischen Wendepunkt. Wir stimmen über einen Paradigmenwechsel in der deutschen Cannabispolitik ab. Weg von Prohibition hin zu einem Umgang mit Cannabis, wer der Gesellschaft mit der Realität entspricht und die individuelle Freiheit in Deutschland stärkt. Cannabis ist derzeit noch die am häufigsten illegal konsumierte Droge in Deutschland. Und ich weiß, dass einige von Ihnen das nicht hören wollen, aber Cannabis gibt es auch auf den Straßen Bayerns, Berlins und Baden-Württembergs. Und das Cannabis, das es da gibt, das stammt aus einer einzigen Quelle, nämlich dem Schwarzmarkt. Und wissen wir, was in Cannabis vom Schwarzmarkt enthalten ist? Nein. Wissen wir, dass es häufig verunreinigt mit gefährlichen Substanzen versetzt ist und einen unbekannten THC-Wert hat? Ja. Das ist so, weil es eben keine legale Möglichkeit zu Erwerb und Anbau von Cannabis zu Genusszwecken gibt. Und das ändern wir heute. HHC. Das kann ganz viel anderen sein. Spice. In Zukunft ist es für Konsumentinnen und Konsumenten möglich, nicht nur legal Cannabis zu konsumieren, unter Einhaltung von Kinderschutz- und Jugendschutzregelungen und Abstandsregelungen. Es ist aber vor allem auch möglich, Cannabis aus kontrolliertem Anbau zu konsumieren. Mit dem Eigenanbau und den Cannabis-Clubs schaffen wir eben diese Möglichkeiten. Dann wissen Konsumentinnen und Konsumenten, woher das Cannabis kommt, wie viel THC es enthält und wissen, dass es eben nicht mit gesundheitsschädigenden Substanzen versetzt ist. Im Übrigen ist dann auch der Weg zum Dealer und damit der Kontakt zu anderen, weitaus gefährlicheren Drogen deutlich länger. Absolut. Dazu kommt der Aspekt Aufklärung und Prävention. Und ich weiß, dass auch das wollen einige von Ihnen nicht hören. Alleine dadurch, dass wir seit Beginn dieser Legislaturperiode über die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene diskutieren. Alleine dadurch. Und das müssen ja selbst die Kolleginnen und Kollegen zu meiner Rechten zugeben. Wissen wir doch alle mehr über Cannabis. Und das ist doch der entscheidende, zu funktionierenden, echten und ernst gemeinten Kinder- und Jugendschutz. Wissen und Aufklärung als Grundlage für verantwortungsvolle Entscheidungen. Und dieses Wissen wächst bei den Jugendlichen, bei den Eltern, bei Lehrerinnen und Lehrern und auch bei Politikern. Diese Aspekte sind ein echter Beitrag zum Gesundheitsschutz, zur individuellen Gesundheitskompetenz und zum verantwortungsbewussten Umgang mit Cannabis. Das stärkt auch die individuelle Entscheidungsfreiheit. Ein weiterer Aspekt, und der ist mir als Gesundheitspolitikerin sehr wichtig. Endlich bessere Bedingungen und Chancen für Medizinal-Cannabis, grown in Germany. Statt... Ganz wichtig. Nicht nur der Zugang muss erleichtert werden. Statt staatlichem Vergabeverfahren wird es ein Erlaubnisverfahren geben. Das baut Bürokratie ab, sorgt für Innovation, schafft Arbeitsplätze und sichert eine hohe Qualität. Absolut. Vor allem aber sorgt die Herausnahme aus dem Betäubungsmittelgesetz für eine bessere Situation von Patientinnen und Patienten. Für Ärztinnen und Ärzte, für Apotheker entfällt zudem ein enormer bürokratischer Aufwand. Und alle Patienten hoffen, dass es dadurch leichter wird, einen Arzt zu finden, denn das ist immer noch sehr, sehr schwer. Ein Arzt, der mit einem Kostenübernahme, mit der Kantenkassenmacht und so weiter. Aber auch das wird sich jetzt hoffentlich alles verändern. Positiv. Mehr Kinder, Jugend und Gesundheitsschutz. Sehr schön. Mehr Möglichkeiten zum Anbau von Medizinal-Cannabis in Deutschland. Verbesserter Zugang zu Medizinal-Cannabis für Patientinnen und Patienten durch Herausnahme aus dem BTMG. Und weniger Bürokratie für Mediziner und Apotheken. Und mehr individuelle Freiheit. Wenn wir jetzt noch die Führerschein-Problematik klären, wunderbar. Wir stehen nach wie vor hinter der Legalisierung, so wie wir sie auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und ich hoffe, dass die Verhandlungen zu Säule 2 genauso gut laufen wie mit den Verhandlungen zu Säule 1 mit den Kolleginnen Kirsten Kappert-Gonter, Carmen Wegge und dem Kollegen Dirk Heidenblut. Ich freue mich drauf. Wir ruhen uns auf dem Erreichten nicht aus, sondern setzen uns weiter für die Legalisierung nach kanadischem Vorbild ein. Heute unternehmen wir mit dem Cannabis-Gesetz den historischen Schritt weg von der gescheiterten Prohibitionspolitik hin zu einer modernen, an der gesellschaftlichen Realität orientierten Cannabis-Politik. Ja, Christine, danke. War schön zusammengeführt, ausgeführt, finde ich. Heike Behrens für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Recht wird hier heute leidenschaftlich diskutiert. Denn so, wie es gerade die Union an die Wand gemalt hat, darf es nicht werden. Aber so, wie es gerade ist, darf es auf keinen Fall bleiben. Alle, die sich hier heute wutschnaubend an dieser Debatte beteiligen, frage ich, warum haben Sie sich eigentlich damit zufrieden gegeben, einfach nur zu verbieten? Warum glauben Sie noch immer, dass Bestrafen reichen würde? Das heißt, das reicht, ob das sinnhaft ist. Nicht hinschauen, nicht hinhören, nicht Stellung beziehen. Denn wer hinschaut, der sieht, dass in Deutschland über 4 Millionen Menschen Cannabis konsumieren und besonders erschreckend sind die steigenden Zahlen bei jungen Menschen. Wer hinhört, der weiß, was die Suchtexperten sagen. Strafandrohung hilft nicht. Sie kriminalisiert Minderjährige ebenso wie Erwachsene. Im Gegenteil, wir müssen mit den Jugendlichen zusammenarbeiten, wir müssen die begleiten, aufklären. Aber Verbote bringen einfach auf den Schwarzmarkt. In der Drogenpolitik ein, wir stellen den Gesundheitsschutz ins Zentrum unserer Cannabis-Politik und konzentrieren uns auf das, was wirklich bekämpft werden muss und das ist der Schwarzmarkt. Wir verbessern konsequent den Kinder- und Jugendschutz und selbstverständlich muss das Kiffen unter 18 Jahren ausdrücklich verboten bleiben. Im Gegenteil sollte man die Alkoholgrenze auch mal aufsetzen auf 18, die ich dir schon ab 16 erlauben will. Aber gleichzeitig verstärken wir aber eben vor allem die Suchthilfe und die Beratungsangebote. Denn wer nicht kriminalisiert wird, kann für Hilfe und Prävention erreicht werden. Nur dann gehen Jugendliche sich nämlich überhaupt Hilfe holen, wenn sie wissen, dass sie nicht dafür bestraft werden. Das muss man erst mal verstehen. In dieser Situation werden Eltern aktiv mit ins Boot geholt. Die Haushaltsmittel für Prävention, für verstärkte Frühintervention und Beratung haben wir darum bereits erhöht. Das ist aktiver Kinder- und Jugendschutz. Auch wichtig, dass man Eltern mit reinholt hat. Traumatisch, wenn ich überlege, wie viele Leute traumatisiert wurden, allein in Bayern, mit Führerschein entzugen, auf der Straße ausziehen, in Becher pinkeln und so weiter. Wahnsinn. Nein, es ist kein Skandal, einen anderen Weg zu beschreiten, auf Entkriminalisierung zu setzen, auf Aufklärung und Prävention. Es war überfällig, das Thema aus der Tabuzone zu holen. Und wir werden die Umsetzung sehr sorgfältig beobachten. Also die Augen und Ohren offen halten und dann gemeinsam diskutieren, wo gegebenenfalls nachgesteuert werden muss. Mit gutem Wissen und Gewissen werbe ich heute für die Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank. Natürlich, Deutschland wird kontrolliert werden, sowieso. Das ist auch am Anfang notwendig. Aber das wird sich alles deutlich gut einpegeln. Der Kollege Axel Müller für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Lauterbach. Als Begründung für dieses Gesetz zur Legalisierung von Cannabis wird angeführt, dass es innerhalb eines Jahres ca. 4 Millionen Menschen gegeben hat, in der Altersgruppe von 18 bis 64, die Cannabis konsumiert hätten. Tendenz angeblich steigend. Anmerkung 4 von 50 Millionen, die diese Bevölkerungsgruppe umfasst. Also wie jeder mal gerne einen neuen Hamburger probiert, der auf den Markt gekommen ist. Ich zitiere aus einer weiteren Begründung des Gesetzes. Ich weiß ja nicht, dass die dann dabei bleiben. Das macht natürlich neugierig auch. ... Konsum von Cannabis mit gesundheitlichen Risiken, wie beispielsweise Cannabis-induzierten Psychosen, zur Rechnung. Das gilt übrigens auch, Herr Minister Lauterbach. Ich dachte, als Arzt weiß man das, wenn man sogenanntes reines, gut angebautes Cannabis... Ja, mit Psychosen, da sollte immer die Zahlen werfen, wie viele Psychosen durch Polizeikontrollen entstanden sind. Und durch Vorbeschein, Entzüge und Hausdurchsuchungen bei Familien. Da sind richtig Psychosen entstanden. In meiner langen Zeit als Strafrichter, in meiner langen Zeit als Strafrichter, habe ich viele Menschen kennengelernt... Zum Glück bist du kein Strafrichter mehr. Ja, das ist legal, aber es ist trotzdem schädlich. In meiner langen Zeit als Strafrichter habe ich viele Menschen kennengelernt, bei dir war der Alkoholkonsum schädlich, glaube ich. ...durch die Droge, Cannabis zerstört wurde. Ja, es ist richtig, trotz strafrechtlicher Rettdessen, ist der Konsum nicht mehr, ist der Konsum nicht mehr... In Deutschland wird von den verschiedensten Drogen, nicht zuletzt von Cannabis, überschwemmt. Umso wichtiger wäre es gewesen, mehr Bemühungen bei der Prävention walten zu lassen. Es gab auch eine Veranstaltung im Wahlkreis mit Vertretern von Polizei, Psychiatrie, Sozialarbeit und Betroffenen, die ich durchgeführt habe. Aber was machen Sie, Herr Gesundheitsminister, der Sie uns doch dann vor den Gefahren von Salz und Zucker warnen? Sie geben bis zu 50 Joints am Tag zum Besitz frei und zum Konsum frei. Welche Logik entspricht es denn, wenn man einen Straftatbestand abschafft? Auf was für Zahlen kommt der denn? Also nur weil man jetzt 30 Gramm mit sich führen darf, heißt das doch nicht, dass ich 50 Joints am Tag brauche. Und schon mal gar nicht mit... Also wie viel trug der denn in seinen Joints rein, um das in einem Rechtsstaat, um den uns viele Länder und einer funktionierenden Justiz, um die uns viele Länder in dieser Welt beneiden. Das nehmen Sie bewusst im Kauf, dass die Justiz schweren Schaden nimmt. So soll die Straflosigkeit... Die Justiz hat schwer geschadet in den letzten 50 Jahren, Herr Müller. So viele Leute haben hier zu Straftätern gemacht. Richtig, richtig, richtig. Die Scheiße, die er gebaut hat, muss ausgebadet werden. So sieht es aus. Und deshalb werden wir diesem Gesetz heute nicht zustimmen. Das glaube ich. Ich hoffe, dass eure Stimme nicht so wichtig ist. Und zu einer kurzen Intervention erteile ich das Wort Konstantin Kuhle. Frau Präsidentin, Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Kleinen Mund. Lieber Kollege Müller, Sie haben ja auf Ihre Erfahrungen abgestellt als Strafrichter und die besonderen Auswirkungen hier angesprochen auf die Justiz. Und dazu will ich gerne in aller Kürze zwei Bemerkungen machen. Angesichts von 180.000 Strafverfahren im Jahr, die konsumbezogen sind, zu behaupten, dass die Legalisierung von Cannabis, Polizei und Justiz nicht entlasten würde, geht völlig an der Realität vorbei. Super, danke. Wirklich, wo, aus welchen Kellern kommen so Axel-Müller-Figuren, ey. Welche Pharma oder irgendwas hat die bezahlt? Ich bin fucking straßbar. Was definitiv nicht der Fall ist, wenn man sich mit Strafverteidigern unterhält, dann macht doch eine Einstellung trotzdem Arbeit. Und ich will eine zweite Bemerkung machen. Eines passt ja in Ihrer Rede und in der ganzen Argumentation überhaupt nicht zusammen. Wenn der Gesetzgeber eine bestimmte Handlung nicht mehr für strafwürdig hält, dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, was passiert mit den alten Fällen. Darüber wird wahrscheinlich auch im Bundesrat zu sprechen sein. Aber wenn Sie sagen, dass die vorliegende Freigabe von Cannabis ganz viele tausend Fälle betrifft, ja dann bedeutet das doch, dass die Justiz momentan in erheblichem Maße mit dem Cannabis-Thema zu tun hat. Ganz genau. Es kann ja nur eines von beidem richtig sein. Entweder das Ganze belastet die Justiz und die nun vorzunehmende Legalisierung führt dazu, dass... Verurteintur weiter empfiehlt und gerne. Oder die Justiz ist nicht belastet und das Ganze endet überhaupt nichts. Absolut. Aber das, was Sie hier dargestellt haben, passt nicht zusammen. Langfristig wird es zu einer Entlastung der Justiz und der Polizei führen. Schlimm, dass die überhaupt sowas... Eigentlich müsste man doch zum Ton kommen, würde ich sagen. Lieber Kollege Müller, Sie haben die Möglichkeit zum Antworten. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Jetzt bekomme ich doch etwas mehr Redezeit. Also zum Ersten, das Thema geringfügige Mengen haben Sie angesprochen. Der Opportunitätsprinzip, der Grundsatz gilt, diese Verfahren werden alle nach 153, 153a eingestellt. Das geht mit einem Knopfdruck, mit einem Knopfdruck. Das Zweite, Sie haben angesprochen, dass 180.000 Fälle pro Jahr zu bearbeiten und teilweise auch zu verurteilen sind. Beim Diebstahl ist es viel mehr. Bei der Leistungserschleichung ist es viel mehr. Ja, beim unerlaubten Entfernen vom Unfallort, bei der Trunkenheitsfahrt, bei der Straßenverkehrsgefährdung, bei der Körperverletzung ist es viel mehr. Legalisieren wir das jetzt alles, dann haben wir nämlich weniger zu tun. Der nächste Punkt, bei der nächste Punkt. Wie schwerwiegend ist denn das? Sollen wir auch jetzt jeden verurteilen, der ein Bier trinkt? Fälle zu tun hatten, da bin ich Ihnen dankbar für die Formulierung, Fälle zu tun hatten. Das sind Fälle, die sind abgeschlossen, die sind rechtskräftig, die sind in der Vollstreckung oder sind schon vollstreckt. Die machen wir alle wieder auf. Gesamtstrafen, die mühsam gebildet wurden, machen wir alle wieder auf. Wir müssen die Vollstreckungsreihenfolge überprüfen. All das muten Sie den Staatsanwaltschaften und der Justiz zu. Glauben Sie wirklich, dass Sie mit den neuen Fällen, die nicht hinzukommen, mit den neuen Fällen, die nicht hinzukommen, weil Sie jetzt das Cannabis legalisieren, dass Sie eine so starke Entlastung schaffen können, dass all diese Fälle, die ich genannt habe, damit kompensiert werden. Schlusssatz von meiner Seite. Dann ist der Deutsche Richterbund blöd, dann ist die Vereinigung der Staatsanwälte blöd, die sind alle blöd, weil die alle davor warnen. Dann sind die Justizminister der Länder blöd, weil die alle davor genau warnen. Dankeschön. Dann stellt noch ein paar Leute ein. Es gibt so viele Arbeitslose. Also ich glaube, da lassen sich Lösungen für finden. Das ist eine scheinheilige Ausgabe von einem ehemaligen CDU-Richter. Für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort Marianne Kleinschmeig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Raum, liebe Zuschauerinnen und Zuhörenden, sehr viele junge Menschen. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr interessante Debatte, weil diese Debatte zeigt, wie schwer es ist, eine Veränderung einzuleiten. Und zwar dann, wenn man feststellen muss, es hat zwar lange von der Rechtslage her ein Verbot gegeben, aber wir müssen feststellen, dass dieses Verbot all die Ziele, die es erreichen wollte, überhaupt nicht erreicht hat. Und da fangen wir doch an. Das muss man sich einfach mal, das muss man sich angestehen. Ich habe immer bei der CDU das Gefühl, die wollen auch überhaupt nichts einsehen. Die wollen einfach ihr Scheiß weiterführen. Das könnte ja sonst zu anderen Problemen führen. Und gerade auch für die Hirnentwicklung damit verbunden sind. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sich zu merken, dass das keine Droge ist für das junge Alter, sondern dass man sehr, sehr vorsichtig im Umgang damit sein muss. Zweitens haben wir gesehen, dass wir sehr, sehr viele Probleme mit dem Gesundheitsschutz haben. Auch bei Konsolen spielen, Games. Diejenigen, die Kanadens konsumieren, eben wurde gesagt, wir sind bei ungefähr 4,9 Millionen Menschen. Die werden gezwungen, auf dem Schwarzmarkt einzukaufen. Sie sind abhängig von einem Dealer. Sie sind abhängig davon, dass es ein Warenangebot gibt, zumeist und heute sehr, sehr stark verunreinigt mit anderen Substanzen, mit einem hohen gesundheitlichen Risiko. Und all das muten wir Menschen zu, weil sie Zugang suchen nach einem Rauschmittel. Wir haben viele Rauschmittel. Wir können sie im örtlichen Rewe kaufen. Wir wissen, welche Qualität damit verbunden ist, welche Gefahren damit verbunden sind, weil der Alkoholgehalt auch ausgewiesen ist. All das gibt es in diesem Bereich nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da zu einem Paradigmenwechsel kommen, dass wir dahin kommen, eine vernunftgeleitete Drogenpolitik im Bereich des Cannabis-Konsums zu haben. Und natürlich gibt es im Übergang... Die CDU will weiterhin Erwachsene bestrafen, weil sie Kinder schützen will, was überhaupt nicht zusammenhängt. Also, ja, der Jugendschutz ist ja jetzt dadurch nicht besser, nur weil das Erwachsene verbietet. Also, die haben eine Denkungsweise teilweise, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Das ist normal. Wir fangen neu an, in einem neu geregelten Bereich. Bis heute sind genau diese Menschen abhängig. Die realitätsfremd ist, sage ich mal so. Und das wird sich ändern und das verändern wir jetzt auch. Genauso wird der Eigengebrauch ermöglicht. Auch das ist ein wichtiger Schritt. Und von daher, ich habe von Ihrer Seite, von Ihren Seiten, keinerlei Hinweis gehört, wie gehen wir denn vernunftgeleitet mit diesem Bereich andersrum. Was bieten Sie den Menschen denn an Außerkriminalisierung? Und zwar nur deshalb, weil ich Konsumentin oder Konsument bin. Das ist die Frage, die müssen Sie sich stellen. Und dann gehen Sie mal auf das örtliche Oktoberfest und überlegen Sie sich mal, wie das wäre, wenn all diese Menschen angewiesen wären auf einen Schwarzmarkt. Das ist die Frage, um die es an dieser Stelle geht. Und als nächstes, wenn wir den Schwarzmarkt auskoppeln wollen, dann müssen wir legale Zugangswege möglich machen. Und das tun wir im ersten Schritt mit dem Eigengebrauch. Und wir tun es mit den Möglichkeiten in den Anbauvereinigungen. Als nächstes werden wir die Modellvorhaben anschieben, um hinzukommen zu lizenzierten Geschäften. Und genau das werden unsere sehr, sehr unermüdlich arbeitenden Berichterstatter genau an dieser Stelle tun. Mit aller Sachkunde, die Sie auch in diesem Prozess an den Tag gelegt haben. Dankeschön an alle, die sich engagiert haben, an den Minister und an die Berichterstattenden. Das war eine gute Arbeit hin zu einem modernen Cannabis-Kontrolliergesetz. Ein Cannabis-Frei-Hauptgesetz wäre mir zwar lieber als ein Cannabis-Kontroll-Gesetz. Kürtig über die Linke hat das Wort alles Gepinner. Aber ja, soweit werden wir wohl nie kommen, dass der Mensch wirklich frei sein darf und ganz alleine entscheiden darf über Mengen oder... Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem heutigen Tag und der Entkriminalisierung von Krabbes machen wir einen enormen Schritt. Und das wird nicht zuerst am Gesetz deutlich. Das wird deutlich an dem Widerstand, an dem die Konservativen rummäkeln. Mit welchen Unwahrheiten sie agieren, mit welcher Wirbelsäulen-Akrobatik sie wirklich jede Angst schüren, ist wirklich abenteuerlich. Nur ein Klassiker mal als Beispiel. Eigentlich gehört es wieder wegen Angstkampagnen angeklagt. Heutes Trinken ab 14 Jahren halten sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone in jedem Supermarkt nebeneinander passt in ihre Welt. Aber im Oktoberfest, jedes Jahr, schön Oktoberfest, Flohzirkels und Kotzlögel anschauen. Der Mann bringt auch den Punkt. Jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Es ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich, so dermaßen falsch. Super. Mit einer anständigen Prävention schützen wir die Kinder, mit einer anständigen Liberalisierung schützen wir auch die Erwachsenen vor dem ganzen Dreck, der auf dem Schwarzmarkt rumgeht. Aber die Konservativen sind das eine Problem, aber sie hatten einen Teilerfolg. Die Koalition wurde hasenfüßig. Daher wurde aus einer umfassenden Legalisierung eine sehr bürokratische Endkinderisierung. Und dadurch spielen sie denen in die Hände. Denn natürlich legen sie die Hürden zu hoch für Cannabis-Clubs. Und genau durch diese hohen Hürden wird der Schwarzmarkt weiterhin eine Rolle spielen. Natürlich öffnen die ganzen Regeln beim Besitz, beim Anbau, bei der Entfernung jeder Kontrolle Tür und Tor. Das wird die Menschen weiter drangsalieren. Und das wird natürlich auch die Freude. Ich traue mich jetzt an. Ich glaube, die stimmen gleich ab, dass es erlaubt wird. Und natürlich sind sie im Bereich Aufklärung und Prävention weitgehend ein Totalausfall. Ich glaube, ich traue mich einfach an. Oder was meint ihr? Soll ich schon? Nicht, dass es verboten ist. Und dann? Bin mir nicht sicher. Es braucht sofort eine gescheite zweite Säule zur Legalisierung. Scheitern Sie nicht. Unser Angebot, Herr Lauterbach, wir stimmen zu. Wir stärken Ihnen den Rücken. Dann wird der ein bisschen gerade. Dann halten Sie endlich das Versprechen ein und legalisieren Cannabis vernünftig. Schönes Wochenende. Sehr gut. Vernünftiger Redner, der auch mal Tachles redet, finde ich. Das muss mal auf dem Tisch gesagt werden. Mit welchen Lügen und fantastischen Geschichten die CDU mal wieder arbeiten. Und vor allem Ihre Angstkampagne. Das sollte bestraft werden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Am heutigen Morgen stand bei mir im Sauerland in der heimischen Westfalenpost ein lesenswerter Kommentar. Die Überschrift lautete, die bisherige Drogenpolitik ist gescheitert. Und das, was konsumiert wird und aktuell konsumiert wird, denn es findet ja statt, ist oftmals toxisch und für diejenigen extremst gefährlich. Und man muss das eindeutig sagen. Das, was momentan auf dem Markt ist, was gepanscht wird, das sorgt für viele Probleme hier bei uns im Land. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Das sind die Folgen einer verfehlten Drogenpolitik bis zum heutigen Tag. Ganz genau. Da wird vorbeigeschauen. Er hat sich dazu entschieden, einen vorsichtigen Weg der Legalisierung einzugehen. Und das ehrlicherweise zu Recht. Denn eins muss man ganz deutlich sagen, wenn man den Blick richtet in andere Länder, das, was in anderen Ländern mit einer moderaten Legalisierung, Entkriminalisierung auf den Weg gebracht hat, das hat nicht dazu geführt, dass dort die Zahlen angestiegen sind. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man ganz objektiv sich einfach die Lage momentan anschaut, Wieso dürfen wir einfach unbehalten behaupten? Die Verbotspolitik, die wir jedenfalls bisher geführt haben, die hier im Land stattgefunden hat, die hat nicht dazu geführt, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren runtergegangen sind. Und darum ist der vorsichtige Weg, den die Ampelkoalition heute hier einschlägt, auch richtig. Und er geht in die richtige Richtung. Ich will aber auch nicht verhehlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass auch wir bei uns in der SPD-Bundestagsfraktion hierüber auch intensiv diskutiert haben und gerungen haben. Und auch das ist legitim bei einem solchen Gesetzgebungsvorhaben. Und darum begrüße ich es ausdrücklich, dass wir als Ampelkoalition gemeinsam mit den zuständigen Ministerien auf den letzten Meter gesagt haben, dass wir bei sehr sensiblen Punkten in diesem Gesetz genau hinschauen wollen und eine genaue Evaluierung haben wollen. Das betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendschutz, wo wir nach einem Jahr schon erste Evaluationen vorliegen haben wollen. Das betrifft zweitens, und das ist auch richtig, eine enge Einbindung des Bundeskriminalamtes bei der Frage der Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. Und ich begrüße, dass das auf den letzten Metern noch möglich gewesen ist. Ich glaube, und da sind wir alle in der Verantwortung, wenn es sich zeigen sollte, dass etwas in eine falsche Richtung gegangen ist, dann haben wir hier Möglichkeiten auch nachzusteuern. Das nehmen wir auch sehr ernst. Aber ich will es noch mal sagen, die bisherige Verbotspolitik, die wir im Land gehabt hatten, die ist jedenfalls gescheitert. Und darum ist es richtig, heute hier einen neuen Weg anzusteigen. Nachregulieren kann man ja immer. Das ist ja auch legitim. Wir machen das das erste Mal bei uns in Deutschland. Und ich finde es auch legitim, wenn am Anfang jetzt nicht alles hundertprozentig durchdacht wurde oder die noch nicht wissen, wie sich das in der Realität abspielt und danach reguliert wird. Das ist auch okay. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man mit normalen Durchschnittsbürgern auf der Straße spricht, dann sagen die einem, die Ampel, die streitet doch nur, die wirklich wichtigen Sachen für Deutschland, die geht sie nicht an. Die beschäftigen sich doch nur mit abstrusen Identitätsthemen, die niemanden interessieren, wie oft man sein Geschlecht wechseln kann oder wie man am besten kiffern kann. Sie machen unser Land zum Gespött der ganzen Welt. Ich denke mal, wir haben uns zum Gespött der ganzen Welt gemacht, weil sie immer noch kriminalisiert werden. Ich habe damals in einer Abteilung gearbeitet, wo viele Menschen mit Psychosen und Schizophrenien behandelt worden sind. Auch dieser Herr Doktor hat noch nicht davon gehört, dass damit sogar schizophrene und traumatisierte Menschen behandelt werden können, mit Cannabis geheilt werden können. Es gibt also solche und solche Fälle, aber offensichtlich hat er auch noch nicht die meisten Studien gelesen. Jugendliche kommen an, Benzopine, die wirklich das Gehirn richtig schädigen. Das ist fragwürdig. Also da gibt es ganz andere Sachen. Vielen Dank, Herr Kollege Pilsinger, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin sehr froh, dass Sie auch als Experte auf die Gefahren von Cannabiskonsum hinweisen. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich etwas gefunden habe. Ein Artikel aus der Münchner Abendzeitung, dessen Passage ich aus dem Wahlkampf 2017 gerne kurz zitieren würde. Stefan Pilsinger, CSU-Kandidat, hat sich für seinen Wahlkampf vom Giesinger Bräu ein eigenes Pilz brauen lassen. Der 30-Jährige ist aber niemand, der der Gesundheit wegen zu allzu großem Verzicht raten würde. Man muss sich auch mal was gönnen. Schleswig lebt man noch einmal. Sehr gut. Raus mit dem Typen. Raus mit dem. Er hat nichts dabei, seinen Wählern auch mal im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu verzapfen. Lieber Herr Pilsinger, ich freue mich über Ihre liberale Einstellung bei dieser Droge. Vielleicht kommen wir für den nächsten Wahlkampf an eine liberale Einstellung bei der nächsten Droge. Wollen wir vielleicht nicht diesen Weg gemeinsam bestreiten. Jetzt lacht er, ne? Jetzt mutt er das hier. Lieber Herr Kollege Nordhaus, ich danke Ihnen, dass Sie das Thema Alkohol und Zigaretten ansprechen. Ich sage Ihnen eins, dieses Bier haben wir damals gebraut und wir haben das in einer geringen Stückzahl auf einer Veranstaltung von uns getrunken. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber ich sage Ihnen auch eins, das Thema Alkohol und Zigaretten ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Und es wird zu viel konsumiert. Aber, Herr Kollege Nordhaus, das ist doch kein Argument zu sagen, wir haben da zwei gefährliche Drogen. Schön, dass die Leute das immer wieder so miterleben können jetzt. Und deswegen brauchen wir weitere gefährliche Drogen. Wir wollen eine Welt mit weniger statt mit mehr Drogen. Und Ihre Konsequenz ist doch, wenn Sie sagen, ja, Alkohol und Zigaretten sind gefährliche Drogen. Eine Pflanze trinkt, wie Hopfen oder eine Pflanze rauf oder anders konsumiert. Sie sollten sich nicht bei den Dealern ein neues Klientel suchen. Die werden Sie bestimmt nicht wählen. Man kann übrigens auch schon zuckersüchtig werden, sollte man auch verliegen. Also, ich weiß nicht, wie die an Sachen reingehen. Wenn man mit den Polizeibeamten spricht, dann sagen die einem, dieses Gesetz ist ein Geschenk für den Schwarzmarkt. Nee, wenn man mit einem Polizisten redet, dann sagen die, endlich brauchen wir uns nicht mehr, um den Scheiß zu kümmern. Super, jetzt können wir uns um die richtigen Verbrecher kümmern. Und das sagen die Polizisten. Ah, der ist schon auf 75, der andere war auf 50. Ich sag Ihnen eins, für was muss ein eigenkonsumierend 75 Joints mit sich tragen, wenn er das nicht dealen möchte? Das ist doch absurd. Wir kommen ja aus dem Zahlen. Nimmt ihr den Kipp, schenkt den bitte in die Taschenrechnung. Lieber Herr Pilzinger, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Ja, selbstverständlich. Und ich bitte ein bisschen mehr um Ruhe im Raum, sodass wir auch die Vorstellende als auch den Antwortenden gut hören können. Ich hab ja schon gedacht, Pilsinger, das hat irgendwas mit Pils zu tun, das hat bestimmt auch ein Bier erfunden. Genau, sehr geehrter Herr Kollege Pilsinger, Sie haben gerade angesprochen, dass man jetzt die Dealer von den Konsumenten nicht mehr unterscheiden könnte. Jetzt bin ich Juristin und ich stelle mich schon die Frage, woher Sie die Kraft nehmen, das zu sagen. Zum Beispiel auch heute ist schon der alleinige Gesetz von Cannabis, egal ob es 5 Gramm oder 25 Gramm sind, nicht ausreichend, um jemanden wegen illegalem Handel zu verurteilen. Es braucht immer noch andere Merkmale, wie zum Beispiel Tütchen oder Wagen, die da mit dabei sind. Und das wird nach dem Inkrafttreten zum 1.4. genauso sein. Und deswegen frage ich mich, wie Sie zu dieser Erkenntnis kommen, dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Also, Frau Kollegin, das zeigt sich schon daran, dass man in Holland die Erfahrung gemacht hat, dass man nicht zu viel mit sich führen sollte. Und bei uns, die Polizei, die sagt ganz klar, Sie schauen nach, wie viel haben die. Und es zeigt sich auch daran, dass bei geringen Mengen, das wurde ja auch vorher schon ausgeführt, die Verfahren eingestellt werden. Es ist absurd zu sagen, dass Menschen zukünftig... Also zurzeit werden in Bayern Leute, die mit 0,2 Gramm erwischt werden, Hausdurchsuchungen gemacht, Führerscheine entzogen. Da geht es nicht um 20 Gramm. Platz mal bei der Realität, Leute. Das ist Ihr wahres Ziel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ampel sagt zu Recht, Alkohol und Zigaretten sind gefährlich. Und deswegen wollen wir Cannabis legalisieren. Wir haben als Union dann eine ganz andere Herangehensweise. Wir wollen Alkohol verbieten. Wir sagen ganz klar, wir wollen ein Land mit weniger statt mit mehr Drogen. Und deswegen werden wir nach der nächsten Wahl Cannabis wieder verbieten. Bald ist Bubaz wieder illegal. Ich hoffe, dass ihr nie mehr an die Macht kommt, ihr... Ach, ich würde mich an Bord für gerade. Solche Ansagen, das ist doch furchtbar. Die werden also politische Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, vom ganzen Volk, wollen die dann wieder Untergaben und zurücksetzen. Das muss man sich mal vorstellen. Zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorstellungen. Demokratiefeindlich. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 10 426 den Gesetzentwurf der Bundesregierung... So, soll ich mir jetzt langsam mal rauchen? Ich halte das nicht mal nicht. Ich muss jetzt nicht auf die gewartet, was das erlaubt ist, oder? Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die Gruppe Die Linke und die Gruppe BSW. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Ein fraktionsloser Abgeordneter. Einige fraktionslose Abgeordnete oder von der Gruppe BSW-Abgeordnete. Oder haben Sie dazu zugestimmt? Dagegen. Ja, dagegen gestimmt. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Wir kommen zur dritten Beratung und zur Schlussabstimmung. Die Fraktion der CDU-CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach der Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. 20 Minuten. Die Urnen, die Wahlurnen sind auch besetzt. Und ich bitte auch die, die im Saal, dass einige Abgeordnete noch im Saal bleiben, weil wir danach noch weitere Abstimmungen haben dazu. Also nicht gleich alle zum namentlichen Abstimmen gehen. Die Wahlurnen sind aber besetzt und ich eröffne die Abstimmung. Jetzt wird es richtig spannend, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, aber wir schneiden das wahrscheinlich ein bisschen, damit wir jetzt die ganze Zeit zuschauen. Bleibt es jetzt noch ein bisschen dran. Ich schaue mir das jetzt mal an, wie lange das dauert noch. Mein Joint ist übrigens legal. Ich bin Cannabis-Patient und mache das hier rein aus medizinischen Zwecken zu Risiken und Nebenwirkungen für einen Arzt oder Apotheker. Zum Zusatzpunkt 20b. Und es ist die Abstimmung für die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit auf der Drucksache 10426. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrages der Fraktion der CDU und CSU auf der Drucksache 8735 mit dem Titel Cannabis-Legalisierung stoppen, Gesundheitsschutz verbesserung, Aufklärung, Prävention und Forschung stärken. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Koalitionsfraktionen, BSW und die Linke. Wer stimmt dagegen? Auf die Fraktion und die Unionsfraktion. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und wir kommen noch zum Zusatzpunkt 20b weiter. Nämlich unter dem Buchstabe C der Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrages der Fraktion der AfD auf der Drucksache 8869 mit dem Titel Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken aufgeben und eine wissenschaftliche Nutzenbewertung von Medizinkannabis analog zum Arzneimittelrecht einleiten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Koalitionsfraktionen, die Unionsfraktionen, BSW und die Linke. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung hiermit angenommen. Vielen Dank und ich rufe nun auf den nächsten Tagesordnungspunkt, den Tagesordnungspunkt 32, die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Kinder mit und ohne Deutschkenntnisse für den gemeinsamen Erfolg getrennt unterrichten. Ich melde mich dann gleich nochmal, wenn die Abstimmung vorzogen wurde oder die Ergebnisse bekommen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, es war nicht ganz so langweilig. Und ja, vielleicht bis zur nächsten Sendung. Wir machen die Beschlussempfehlung des Ausschusses, das heißt, die Koalitionsfraktion fängt an. Also, bleibt es legal und wir freuen uns mit euch schon zusammen auf den 1.4. und was danach alles passieren würde. In diesem Sinne.